Hallo, liebe Detektiv-Freunde und ein herzliches Willkommen zu Agatha Christie, der ABC-Mörder. Äh, wir waren ja zuletzt an dieser doofen Geburt stehen geblieben. Was hast du? Äh, ist nichts. Keine Ahnung, was wurde. Äh, ja. Wir probieren mal ihn wieder aus, ne? Ja, ich weiß. Also, das wussten wir. Ja, ja, das ist besser. Genau. So. Dann hatten wir hier was. Geklemmt? Kann man da denn irgendwie drehen oder so? Nee. Okay, wir waren hier bei, ne? Äh, ich weiß nicht... Das ist das Ding. Das hat eigentlich das Holzblättchen blockiert. Ja, das weiß ich. Ich könnte höchstens mal... Das in eine Richtung machen. Das wäre die Idee. So... Ich mach das mal. Mehr schiefgehen kannst ja nicht. So... Auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass Kante schwierig werden. Denn... Die Frage ist natürlich... Ja, ja, weiß ich. Ja, wir probieren mal alles aus. Fällt gar nichts. Hopps und hopps. So. Jetzt müssen wir echt notfalls die Hilfe nehmen. Oh, das möchte ich ja nicht. Was? Hm... Wenn ich die in der Mitte tue? Ich meine, das könnte... Jede Kombination mit mir Pechern sein. Äh... Ja... Das könnte alles sein. Ach, Mann. Es hilft nichts. Äh... Klicken Sie auf einen Dekorbereich, um dorthin zu gehen. Wenn der Kurs seinen Zustand verändert, halten Sie die Maus zu gedrückt und bewegen Sie die Kurse auf die gewünschte Aktion. Was? Der Fortschritt wird automatisch gespeichert. So. Aha. Klicken Sie auf einen Dekorbereich, um dorthin zu gehen, ja. Aha. Hm. Hm. Bin ich sehr verwirrt. Okay. Okay. Äh... Wartet mal. Ich musste mal eben... Äh... Ich überlege gerade. Hm... Da muss doch etwas sein. Ein Dekorbereich wird es aber... Oh! Was ist das denn? Hm. Was? Und was habe ich jetzt gemacht? Was ist was? Warte mal. Haben wir da oben was gemacht? Aha. Ach, der meinte... Ach, der meinte jetzt diesen hier. Kann ich den denn jetzt rausziehen? Hm. Okay. Kann ich da mal gucken? Hm. Das Dekoration appears to... Okay. Ist befestigt. Das Dekoration appears to... Ist auch befestigt. Können wir den unten am Mittigsten an und das da vielleicht drehen? Kann ja sein. Oh. Hm. Könnte das Kohl etwas los sein? Okay. In welche Richtung? Ah, also das... Gut. Es sollte es möglich sein, das Wodenpanel öffnen. Okay. Schau! Eine Schlüssel! Cool! Eine Schlüssel! Neuer Gegenstand! Ein Schlüssel! Wait, da ist ja noch was! Sehr schön! Ähm, okay. Ähm, was? Das ist ein Code! Aber wie soll der funktionieren? Das ist ja interessant. Was ist das für ein Code? Dieses Code hat wahrscheinlich... Ja, ja! Ähm... Was könnte ich für die Mitte... Alita, was ist das für ein Code? Können wir den hier für benutzen? Ja, das weiß ich. Aber... ...geht nicht. Na gut, hab ich ja schon verstanden. Äh... Äh... Ist befestigt. Der wird nicht gehen. Weiß es jetzt... ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist so ein komischer Code. Ich verstehe den Code nicht. Ich verstehe ja etwas nicht. Sehr interessant. Ich will nicht nochmal die Hilfe nehmen. Aber der Code, der verwirrt mich. Aber ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass es dieses Teil ist. Ich hab einfach mal alles hier... Also, ich wollte einfach mal irgendwo rumklicken. Und, ja. Ah! Warte mal. Kann ich denn... ... mit dem da war? Nee, alles geht nicht. Aber das verwirrt mich immer noch. Dieses... ... dieser Code. Weil das kann ja für die Mitte stehen. Das kann ich ja verstehen. Aber dieses hier... ... verstehe ich nicht. Das... das ist mir... ... irgendwie zu hoch. Ja. Nu? Ja, das weiß ich auch. Ich verstehe diesen Code nicht. Ist das nicht witzig? Hm... Sehr interessant. Also, der Schlüssel ist dafür. Damit kann ich das drehen. Aber wie kriegt die Holzdekore weg? Das ist hier die Frage. Äh... Das muss ich jetzt echt mal überlegen. Hm... Was? Hm... Wollen wir sie nochmal weitergucken. Definitiv. Ich fährt da. Das muss ja irgendwie damit zu tun haben. Also, ich... Ich... Also, das ist da. Was ist in der Mitte? Kommt der vielleicht? Kommt der vielleicht in der Mitte? Und... ... das... ... das dahin? Nie. Der Code ist verwirrt. Verwirrend. Sehr verwirrend. Ich muss mir den nochmal in Ruhe angucken. Wartet mal. Also, wir sehen ja diesen Code. So, ich mach mir die Maus. Mal rausmachen. Weil ich... Ich komm nicht weiter. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Ich kann mir zwar den Code angucken. Aber... Ich brauch da echt gesund. Ja. Ja. Ja... Da... Das ist blöd. Ja, ich bin aus dem Spiel raus. Ich wundern, dass die Maus da nicht zu... zu sehen ist. Weil... Ja, 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 ich weiß. Das ist komisch. Okay, wisst du was? Nee, ich... Ding, sie... Haben sie die Maus getrunken? Fingen sie kurz nach... Ach, die Menschheit hat... Ach so, ja, das hatten wir ja schon, ne? Das ist eigentlich nicht wirklich so eine große Hilfe. Mhm. Ach so, nein. Nicht verlassen. Ein Indiz benutzen? Aha. Das wusste ich, dass es... Wusstest du gar nicht, dass es geht? Hm. Das geht ja nur so. Das sehen wir nicht da lassen. Wenn wir jetzt... Warte, mach ich noch mal was wissen. Klicken wir auf einen Dekor? Nie, da bleibt das gleiche. Ich probier's mal. Wenn Sie... Waa... also... Also... Wenn Sie blockiert sind, öffnen Sie das Menü-Pause. Wählen Sie das Rohr an Indiz benutzen, um die automatische Hilfe zu aktivieren. P... Was, Pirate? Führt eine Aktion durch, um Sie auch in eine... weiterführende Spur zu bringen. Der Hilfsummel muss sich wieder aufladen, bevor es wieder benutzt werden kann. Aha. Oh. Okay. Da hat er mir jetzt... gezeigt, dass er dahin kommt. Aha. Dafür... Ich mein... Ich will ja keine Hilfe benutzen, aber... Das ist aber auch nicht. Hä? Das ist ja interessant. Oh, jetzt seh ich mein OBS gar nicht. Ja. Ich muss das, glaub ich, doch im Internet mal rumgucken, ne? Hm... Ich hab da was gefunden. Manchmal... Ich mein, ich bin ehrlich, ne? Wenn ich nicht weiterkomme, dann nutze ich einfach mal Hilfe, weil es... Ja, es ist so. Und so wie ich das jetzt habe, so soll es sein. Aber es ist nicht richtig. Was ist da falsch? Darf ich nur so und so, vielleicht? Und dann nochmal so und so? Hab ich... Ach, der da oben, warte mal. Ah! Okay. Ich hab so... Manchmal braucht man einfach Hilfe. Und ich bin da ganz ehrlich. Ich bin immer mal wieder rausgetappt, weil ich, äh... geguckt habe. Weil ich mein... Ich bin da ehrlich. Die Hilfe war nicht wirklich hilfreich, muss ich sagen. Aber gut, der zeigt einem weiter, aber das war's auch. Äh... So. Aha. Das ist so nice. Das sind echt keine schlechten Rätsel. Und den. Ha! Oh, was ist das? Hm... Ein Geheimnis. Und wir haben einen... Oh, einen Z... Oh, was ist das denn da? Definitiv! Betty. I enjoyed a wonderful evening in your company. And I hope that we will see each other again very soon. Dee. My dearest Betty. I know that your art is already spoken for. But you are the most beautiful dancer I have ever had the pleasure of meeting. And I am impatient to see you again. Adrian. Gut. Ich kann was sagen? Gut, okay. Interessant. Zwei verschiedene Briefe. Warte. Was das für zu bedeuten hat... Wir gucken mal. Sich Betty Schallplatte anhören. Ja, das können wir mal machen. Ach so, hat sie hier... Ach, die hat hier keine Schallplatte? Ja gut, dann... Gehen wir raus. Dann müssen wir unten eine finden. Ja... Da! Da ist ne Schallplatte. Ach du Scheiße. Okay. Überlegung. Hier vorne haben wir etwas. Ich kann mir vorstellen, da passt der Schnitzel rein. Passt der? Was ist das? Oh nee! Ich hab keine Ahnung von Musik. Neuer Gegenstand. Fertig. Schallplatte. Okay. Was haben wir noch? Haben wir hier irgendwo... Noch ein paar Stecken oder so? Kuh? Da ist noch was. Da auch! Wenn ich da schon höre. Mechanismus. Hey Scheiße! Ich... Ops! Wer solltest du eigentlich auch nehmen, die Kurbel? Was? Ich weiß, was es ist. Wir brauchen diesen Code. Wo ist er? Da! Oh mein Gott! Was um Gottes Willen ist das? Aus den zwei ein ergibt dieser. Aus die zwei ergibt dieser. Wie soll das denn gehen? Zwei plus zwei. Eins plus eins plus eins. Oh Gottes Willen, was ist das für ein... Was ist das für ein Spiel? Aber da waren nur drei? Das ist ein... Also ja... Also theoretisch... Äh... So... Und... Und einer... Wo ist denn einer? Nein, das ist er nicht. So! Oh! Nee, ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das... Ergebt das. Und dann würde das ergeben. Okay. Ich glaube nicht, dass wir die Schallplatte schon spielen können. Können wir da ran? Okay, wartet. Stell ihn raus. Das funktioniert so nicht. Okay. Da haben wir noch was. Wahrscheinlich wäre hier oben. Oder auch nicht. Okay. Nee, ich möchte zurück. Da war noch was. Was ist das? Ah! Die Kurve. Ja, ich möchte da hin. Yay! Woops. Okay. Die Kurve steckt drinnen? Ähm... Jetzt ist die Frage... Kann ich das schon? Nein. Also gucken wir uns nochmal den Kram hier an. Also. Was haben wir hier? Obwohl... Man könnte die oben auch nehmen. Das wäre auch nie wie... Also... Der nach... Nein, das passt aber nicht. Dann bleibt einer übrig. Der ergibt den. Der ergibt den. Hm-hm. Das sieht aus wie Solfège. Es gibt wahrscheinlich einen Link mit dem, was ich in der Schraube gesehen habe. Jojo, das ist eine gute Frage. Warum kannst du den Zettel nicht nehmen und dir den nach oben hinlegen? Das wäre doch besser. Ja, das weiß ich. Hm... Das ist die Frage... Das ist wieder eine knifflige Aufgabe. Ich will jetzt auch da nicht tausend mal rumprobieren, weil das bringt mir nichts. Diese zwei Nonnen geben diesen. Diese gibt diesen und dann diesen. So habe ich das jetzt verstanden. Aber da sind ja noch diese anderen abgebildet gewesen. Diese komischen... Ja, dieser hier war das nämlich. Ja, dieser hier war das nämlich. Wirkt nämlich diesen. Aber das funktioniert nicht. Also habe ich irgendwas übersehen. Ich könnte höchstens rumprobieren. Das wäre... Oh. Oh. Das ist so, was ich hier habe. Ich hab mein Handy gemült. Muschte ich mal ihm aufmachen. Ach, wartet mal. Da ist ja noch so einer mit... Ähm... Mit... 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 Fünf... Ich finde das doof, dass man nicht immer... Dass man immer jedes Mal hin und her... Schleuder muss... Ach, guck mal hier. Nee, wartet mal. Das ist ein Dreier. Habe ich einen Dreier nicht gehabt? Hm. Hatte ich. Glaube ja. Wird auf jeden Fall nicht so häng... Ähm... Wird nicht so funktionieren, wie ich das wollte. Und der da oben wird... Geht auch nicht. Der nach unten, der nach oben. Das war ein Dreier. Der... Der nach unten, der nach oben. Habe ich das so gemacht? Habe ich das so gemacht? Ja, das habe ich... Weiß ich nicht. Das sind Dreier. So. Das ist ein Einer. Funktioniert aber nicht. Der nach unten und der nach oben. Würde aber auch nicht gehen. Ist ja... Verwirrend. Hier habe ich so nichts... Hier ist auch nichts? Ach so. Da komme ich nur wieder da hin. Ich bin noch verwirrt, was die Zahlen da an der Seite zu bedeuten haben. Das sind 32 Noten, 16 Noten, 8 Noten, 4 Noten, 2 Noten, eine Note. Aber sagen wir... Das sieht aus wie so... Hm. Äh... 4, 2 und 2 ergibt 4. Das ist mir klar. 1 und 1 und 1 ergibt 4. 4 durch 4? 4. 5. Ich fühle mich da jetzt nicht rum. Wartet mal... Wartet vielleicht. Ich überlege gerade... Ich überlege gerade. Ja, hör auf jetzt. Äh... Nummer 1... 2... 1... Macht das Sinn? Nein, macht nicht Sinn. Warum macht das keinen Sinn? Warum macht er das nicht? Schade. Ich hätte gedacht, vielleicht funktioniert das. 5-4 macht er nicht? Das glaube ich nicht. Ne. Ich habe gedacht, dass es vielleicht die Summe ergeben muss. Das macht er aber auch nicht. Schade. Also wieder auf den Zettel starren. Würde aber auch... Hätte auch geklappt. Wenn es ex 2 ergeben muss. Ist das aber richtig, was ich denke? Wenn ich das jetzt... Wartet mal. Ach. Oh. Halt. Was... Warte. Warum ist es hier auf der Seite? Aber hier frei. Das ist ja interessant. Das habe ich auch noch nicht bedacht. Ja, da hat er 4. Genau. Vielleicht meinen Sie... Ach, wartet mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Das ist 2, 4, 6, 8. Wir haben 2 plus... Also 4 mal... 2, 4er in der... Also hier haben wir 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Ja. Und da wären es... 4. Und da wären es 8. 8, 4, 2, 1, 2, 4. Hmmmm... Da wären wir schon mal gut drin. Das ist schon mal etwas. Aber es hilft uns nicht wirklich weiter. Ne, es hilft nicht wirklich weiter. Aber wenn das... 1, 2, 4, 8... Ich glaube nicht, dass wir das hatten, ja? Wir hatten 2 und 4, aber nicht 8, oder? Wartet mal. Jaja, hör auf jetzt. Wir haben hier 5. 2, 4... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ne. Ich glaube auch nicht, dass das hier sein wird. Schade, aber es hat ja auch geklappt. 2, 4, 6. 6 gibt es nicht, ne? Es gibt nur 5. Warum gibt es da 5? Okay, ich glaube, ich mache jetzt mal hier eine Pause. Und werde meine Denkzellen mal... als Brude. Denn das ist gar nicht so einfach. Das ist knifflig. Okay, meine Lieben. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat. Auch wenn ich da ein bisschen Hilfe genutzt habe. Manchmal muss es sein, ne? Ich würde es wahrscheinlich privat auch nicht anders machen. Ich würde wahrscheinlich auch Hilfe nehmen. Aber ist ja auch egal. Wenn euch trotzdem das Netzwerk gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und... Ja, wenn ihr mehr so wollt, dann abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch noch ein schönes kein Zucki. Ich wünsche euch noch ein paar Tage.